Am Sonntagvormittag ist es mal wieder soweit, Uli Hoeneß ist zu Gast beim Doppelpass. Beim TV-Sender Sport 1 wird sich der Bayern-Präsident zum personellen Umbruch beim Rekordmeister sowie dem Bundesliga-Titelrennen mit dem BVB und dem Champions-League-Kartelfinale gegen den FC Liverpool äußern. Sport.de begleitet die Sendung für euch und fasst die wichtigsten Hoeneß-Aussagen zusammen. Die Show beginnt. Die Augen der Beteiligten richten sich natürlich ganz besonders auf Hoeneß, der im Doppelpass schon den einen oder anderen denkwürdigen Auftritt hingelegt hat. Erleben wir heute die Rückkehr der Abteilung Attacke. 10.50 Uhr, illustre Gäste in München Hallo aus München. Wir blicken gespannt auf die heutige Talkrunde, die aus Uli Hoeneß, Alfred Draxler, Bild, Peter Hess, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Pitt Gottschalk, Journalist und Buchautor, Olaf Schröder, Vorsitzender der Geschäftsführung der U-Sport einer GmbH und Kommentatoren legende Marcel Reif bestehen wird. Moderiert wird die Sendung von Ex-Profi Thomas Hemmer. Moderiert wird die Sendung von Ex-Profi Thomas Hemmer.